Die fesselnde Geschichte von Call of Duty Warzone erstreckt sich über mehrere Spielgenerationen und bietet eine Reichheit in Verbindung zwischen den unterschiedlichen Titeln. Von den Anfängen von Modern Warfare bis hin zur Vanguard-Ära werden die Spieler in einer epischen Spielwelt entführt, die voller erzählerischen Tiefen und spannender Handlungselemente steckt. Verdans, der zentrale Schauplatz von Warzone, wurde von der realen Stadt Donetsk in der Ukraine inspiriert. Ein Blick auf die Hintergrundgeschichte von Verdansk enthüllt faszinierende Details. In den Spieldaten von Modern Warfare wird Verdansk tatsächlich als Donetsk bezeichnet, was auf die enge Verbindung zwischen der Spielwelt und der realen Welt hinweist und zeigt, wie tief die Entwickler in die Gestaltung der Spielwelt eingetaucht sind. Die Verbindungen zwischen verschiedenen Spielreihen Modern Warfare, Black Ops Cold War und Vanguard sind zentrale Elemente der Warzone-Geschichte. Die Entwickler haben geschickt Elemente und die Geschichte aus diesen Titeln verworben und eine kohärente und fortlaufende Spielwelt zu erschaffen. Während Verdansk als gemeinsamer Schauplatz für verschiedene Multiplayer-Karten in Modern Warfare dient, wurde Reverse Island von Schauplätzen und Geschichten aus früheren Black Ops-Spielen inspiriert. Diese Einbindung schafft eine nahtlose Brücke zwischen den verschiedenen Titeln und ermöglicht es den Spielern, in ein gemeinsames Universum zu agieren. Also lehn dich zurück und tauche ein in die faszinierende Welt von Warzone, denn es gibt noch viel zu erleben und viel zu entdecken. Christ. Irgendwas stimmt nicht in Verdansk. Sie bekämpfen sich gegenseitig. Wir müssen rausfinden, wieso. Schick mir Leute, denen ich vertrauen kann. Ghost Ember. Im Jahr 2020 wurde die Stadt Verdansk von Khaled Al-Assad und Viktor Zakajew in einen inszenierten Angriff heimgesucht. Die Stadt war in einer gefährlichen Wolke aus Giftieren-Gas umgeben. Die ehemaligen Verbündeten spalten sich in kleinen Unterfraktionen auf und kämpfen gegeneinander ums Überleben. Die ehemaligen Operator der Verbündeten und das Bündnis finden sich in einem Wirrwarr aus Konflikten wieder, während sie verzweifelt versuchen, die verbliebenen Führer des Waffenstillstands ausfindig zu machen. In der Hoffnung, die Pläne und Motive hinter dem Angriff aufzudecken, setzen sie alles daran, Viktor aufzuspüren. Während ihrer intensiven Suche entdecken sie schließlich den Aufenthaltsort von Viktor, von Beginn seine Absichten zu ergründen. Inmitten von monatelangen Bemühungen gelingt es schließlich der Task Force 141 unter der Führung von Captain John Price, Viktor zu lokalisieren. Ihr Ziel ist es, ihn daran zu hindern, eine verheerende Atomrakete abzufeuern, die katastrophale Auswirkungen auf die Welt haben könnte. Die heldenhaften Aktionen der Task Force 141 kriegt dazu bei, die drohende Bedrohung zu neutralisieren und die Welt vor einer weiteren Katastrophe zu bewahren. In dieser komplexen und gefährlichen Situation zeigt sich die Entschlossenheit und der Mut der Operators, die bereit sind, alles zu riskieren, um die Menschheit zu beschützen. Nick, ich brauch den Code, schnell! Klar, hier kommt ihr auf Kommando. 6, 6, 1, 1, 5, wiederholen. Nick, wiederholen! Ich hör dich nicht, Nick! Verdammt, Nick, die letzte Ziffer! 7, 6, 1, 5, 7! An alle auf Empfang! Start abgebrochen! Mission abgeschlossen! Einige Monate nach den Ereignissen um Victor und der Abwendung der atomaren Bedrohung tritten eine neue mysteriöse Wendung in der Geschichte auf. Ein längst verschwundenes Frachtschiff taucht plötzlich an der Küste von Vedans auf. Das Schiff galt 37 Jahre als vermisst. Diese unerwartete Katastrophe bringt jedoch noch viel düstere Geheimnisse ans Licht. Das Auflaufen des Schiffes auf die Insel hat unglückliche Konsequenzen, da er eine Horde von Zombies in die umliegende Wildnis entlässt. Diese untoten Kreaturen, die in Verbindung mit den Ereignissen auf dem Schiff stehen könnten, stellen eine neue beispiellose Bedrohung für die Region dar. Die plötzliche Erscheinung der Zombies sorgt für Panik und Chaos unter den Bewohnern von Vedans und den umliegenden Gebieten. Während die Überlebenden versuchen, die Situation zu bewältigen und sich gegen die Zombie-Horden zu verteidigen, wird klar, dass die unheimlichen Kreaturen Teil einer umfassenderen und mysteriösen Verschwörung sein könnten. Die Verbindung zwischen dem Schiff und den Zombies führt zu Fragen über die Herkunft dieser Bedrohung und den Motiven derjenigen, die dahinter stecken könnten. Im Verlauf der folgenden Wochen breitet sich die Zombie-Plage weiter in der Stadt aus. Die untoten Kreaturen streifen durch die Straßen von Vedans und hinterlassen verstrahlte Kontamination-Spuren, die die Atmosphäre der Stadt mit Angst und Unsicherheit erfüllen. Die Lage wird zunehmend kritisch, während die Bewohner und die verbleibenden Waffenstillstandsakteure versuchen, sich gegen die bedrohliche Präsenz der Zombies zu verteidigen. Angesichts der fortschreitenden Verwüstung und der nicht aufzuhaltenden Verbreitung der Kontamination sehen sich die ehemaligen Verbündeten gezwungen, drastische Maßnahmen zu ergreifen. Die Situation wird immer verzweifelter und schließlich wird der Befehl zur Evakuierung von Vedans ausgegeben. Während die Evakuierung in Gange ist, wird klar, dass die Situation außer Kontrolle geraten und die Stadt in eine Art Geisterstadt verwandelt wurde, die von den untoten Horden heimgesucht wird. Als letztes Mittel wird der Einsatz von Atomraketen angeordnet, um die Zombie-Bedrohung auszulöschen und die Kontamination zu stoppen, während die Atomraketen abgefeuert werden, um die untote Bedrohung zu beseitigen. Die Geschichte erreicht ihren dramatischen Höhepunkt, als die Raketen die Stadt Vedans treffen und eine gewaltige Explosion auslösen, die die Zombies und die Kontamination vernichtet. Die Evakuierung von Vedans und der Einsatz von Atomraketen bilden den epischen Abschluss dieses Kapitels in der Warsongeschichte. Nach der verheerenden Zerstörung von Vedans im Jahr 2020 verlagerte sich die Handlung in das Jahr 1984, während der Ära des Kalten Krieges. Zu dieser Zeit setzte Perseus, eine gefährliche Figur im globalen Machtkampf, seine dunklen Pläne in Bewegung. Die Operation Stitch wurde ins Leben gerufen, um die Anlage auf den Wiedergeburtsinseln wieder aufzubauen, um die Produktion des tödlichen Nova-6-Gases wieder aufzunehmen. In einer finsteren Wendung nutzte Perseus Operation Stitch, um die Wiedergeburtsinseln für seine eigenen schrecklichen Ziele zu reaktivieren. Die Anlage diente der Herstellung des verheerenden Nova-6-Gases, das bereits in der Vergangenheit eine furchtbare Bedrohung darstellte. Die Wiedergeburtsinseln wurden erneut zu einem Schauplatz des Grauens, während die Produktion des Gases fortgesetzt wurde. Inmitten dieser sich entwickelten Krise tauchte das mysteriöse Frachtschiff Bodanoi erneut auf. Es hatte die Inseln verlassen, nur um auf rätsehafte Weise mitten im Ozean zu verschwinden. Die Verbindung zwischen dem Schiff und diesen schrecklichen Ereignissen auf den Wiedergeburtsinseln deutete auf eine tiefere, undurchtaubare Verschwörung hin, die im Hintergrund lauerte. Später stellte Stitch eine Falle, um seinen Erzfeind, den CIA-Agenten Russell Adler, zu überlisten. Er will dich nur ködern, Adler. Schon klar, aber Zivilisten sterben, wenn wir ihn nicht aufhalten. Adler geriet in diese Falle und wurde dann gefangen genommen. Die Rivalität zwischen Perseus und Adler erreichte einen neuen Höhepunkt, während die Mächte des Kalten Krieges und dunkle Intrigen die Handlung vorantrieben. Hast du das Paket? Ja, die Teilnahme. Beende die Mission. Die CIA unternimmt entschlossene Schritte, um den gefangenen Agenten Adler zu retten und die Bedrohung von Stitch zu bekämpfen. Die Suche nach Adler führt sie von Laos schließlich nach Verdans, wo Stitch Adler gefangen hält. Ein Einsatzteam der CIA, das von Frank Woods geleitet wird, tritt an, um Adler aus den Fängen von Stitch zu befreien. Die Rettungsmission in Verdans ist von Risiken und Gefahren durchzogen, da Stitch und seine Organisation weiterhin seine finsteren Pläne verfolgen. Die Stadt wird erneut zum Schauplatz eines intensiven Konflikts, in dem sich die CIA Operator mutig den Schergen von Stitch entgegenstellen, um Adler zu retten und die drohende Gefahr einzudämmen. Während die Rettungsaktion im Gange ist, wird die Größe von Stitchs Vorhaben immer deutlicher. Sein Plan, das Projekt Nova wiederzubeleben, gewinnt nun an Schrecken. Eine geheimnisvolle Zahlenkombination, die von Nikita Dragovic geleitet wird, rückt in den Fokus. Diese Kombination steht im Zusammenhang mit der Kontrolle über zahlreiche gehirngewaschenes Schläferagenten, die in Verdans stationiert sind. Die Verschwörung vertieft sich, als die Kontrolle über die Schläferagenten von Dragovic übernommen wird. Die Tatsache, dass die Agenten in der Nähe von Vardans positioniert sind, verstärkt nun die Bedrohung, während die CIA Operator versuchen den Plan von Stitch zu durchkreuzen und die Gehirnwäsche der Schläferagenten zu verhindern und die Menschheit vor einer unaussprechlichen Gefahr zu schützen. Die CIA erhält schließlich Informationen darüber, dass Adler in Verdans vom Radar verschwunden ist und aufgrund der mysteriösen Zahlen möglicherweise in Gefahr schwebt. Der Zieldrecks hat redet nicht. Ich hab die Drecksabrett gemacht! Stitch-Operation in Verdans muss beendet werden! Hut mich von dem verdammten Stuhl! Erst holen wir dich zurück. Vertrauen mir. Das wird wehtun. 16, 23, 9, 8, 14, 22, 5, 18, 18, 7, 11 Berichte über mehrere Explosionen in Verdansk. Klingt, als hätte unser Freund hier was angerichtet. Schafft ihn hoch. Wir müssen weg. Oh Gott, was habe ich getan? Vergiss es, das war's nicht du. Wir beenden, was du begonnen hast. Wir haben eine Mission. Stitch und die anderen Perseus-Agenten erfahren von mehreren Sprengladungen, die Adler gelegt hat und probieren nun diese Detonation zu stoppen, bevor es zu spät ist. Doch ihre Bemühungen scheinen erfolglos zu sein, da die Zeit gegen sie arbeitet. Adler, wir sind noch nicht fertig. In einem düsteren Waldgebiet in Verdans gibt Stitch schließlich seiner Anwesenheit preis, wo er sich als Träger des Perseus-Mantels zu erkennen gibt. Während der vorherige Träger des Perseus-Mantels, sein früherer Vorgesetzter und Vorgänger, im Jahr 1983 an Krebs verstorben ist. Diese Offenbarung fügt Adler, bereits belastende Situation, noch mehr emotionale Belastung hinzu. Stitch, der Schurke hinter den Machenschaften, tritt persönlich auf und konfrontriert Adler. In einem letzten verzweifelten Akt übergibt Stitch sein eigenes Leben an Adler, während er ihn über seine Verbrechen verspottet. Die Szene endet mit einem Schuss, der ertönt, während das Bild schwarz wird. Der Status von Stitch, ob er tot oder lebendig ist, bleibt offiziell ungeklärt. Die Unklarheit über das Schicksal von Stitch hinterlässt eine Aura der Unsicherheit und das Geheimnisvollen, was die geheimnisvolle Warzone-Geschichte zusätzlich vertieft. Tu, was du willst. Beende, was du auf Rebirth Island begonnen hast. Die Übertragung war vollständig. Ich habe die Welt verändert, Adler. Du kannst es dir nicht mal vorstellen. Später, nach den intensiven Ereignissen, führt die Spur der Handlung der Charaktere Adler, Mason, Hudson und Woods zu einem versteckten deutschen Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg, der sich in den Ruinen von Verdans verbirgt. Hier treffen sie auf Captain Carver Butcher, einen ehemaligen Agenten des SOE. Während dieser Begegnung enthüllt Butcher die faszinierende Geschichte der Gründung der ersten Spec Ops Task Force. Es wird offenbart, dass Vanguard, der eine entscheidende Rolle der Gründung der Task Force spielte, die Geschichte dieser Task Force reicht bis in die Zeit des Zweiten Weltkrieges zurück und zeigt die Anfänge dieser Eliteeinheit. Captain Butcher teilte an Adler und den anderen Charakteren seine eigene Erinnerung an eine Mission mit, die darauf abzielte, Überreste des Nazi-Imperiums im Pazifik zu jagen. Die Mission versetzte sie in ein gefährliches Abenteuer, während sie die Spuren der Vergangenheit folgten und versuchten, die verbliebenen Bedrohungen zu neutralisieren. In Dezember 1944 im pazifischen Raum genehmigte Metzger die streng geheime Operation Vulkan, eine Mission der SOE. Ziel war es, die Cadera-Inseln zu infiltrieren und flüchtende Soldaten sowie Wissenschaftler der Achsenmächte aufzuspüren. Captain Butcher führte diese Mission an und wurde von der Task Force Trident begleitet. Die Task Force Trident erreichte die Gewässer in der Nähe der Cadera-Inseln, um den Plan auszuführen. Allerdings wurden ihre Bemühungen durchkreuzt, was zu einer unerwarteten Wendung führte. Die Mission geriet außer Kontrolle und die Bediener der Trident wurden gezwungen, aus dem Flugzeug zu springen und ihre Position zu verlassen. Während dieser Turbulenzen stürzte Captain Butcher in der Nähe des Strandes ab. Die drei Mitglieder der Trident Task Force versuchten nun, sich auf der Insel zurechtzufinden, stellten ihre Fähigkeit auf die Probe, während sie versuchten, Captain Butcher zu finden und die Mission wieder auf Kurs zu bringen. Mit der Einführung der zweiten Staffel wurde enthüllt, dass Informationen aus dem Bunker verraten wurden. Die Enthüllungen zeigten, dass die Nazis an einer äußerst gefährlichen chemischen Waffe namens Nebula-5 arbeiten. Diese neue Information offenbarte die beunruhigende Dimension der Aktivitäten der Nazis und die Bedrohung, die von dieser Waffe ausging. In einer späteren Entwicklung führt Butcher die Task Force Yeti in die Alpen, wo die Nazis das Nebula-5-Gas in einer massiven Festung aufbewahren. Die Task Force begibt sich in einen gefährlichen Einsatz, um die Festung zu stürmen und das Gas unschädlich zu machen. Obwohl sie erfolgreich in die Festung eindringen, können sie den Nazi-Kommandanten nicht daran hindern, das tödliche Gas freizusetzen. Während dieser dramatischen Konfrontation gelingt es Butcher und seiner Task Force kaum, den Chaos zu entkommen. Die Festung wird von der drohenden Gefahr verschlungen und die Situation gerät außer Kontrolle. Das Leben von Butcher und seinen Kameraden steht auf dem Spiel, während sie verzweifelt versuchen, die Auswirkungen des freigesetzten Gases zu überleben und das Schlimmste zu verhindern. Diese Ereignisse verleihen der Warsan-Geschichte eine düstere und spannende Wendung. Die Enthüllung der Nazi-Aktivitäten und die Konfrontation mit der Gefahr des Nebula-5-Gases verdeutlichen, wie tief die Verschwörungen und die Bedrohung reichen. Die verzweifelten Bemühungen von Butcher und seiner Task Force, die Festung zu stürmen und das Schicksal des Gases zu ändern, enthören die Tapferkeit und den Heldenmut der Charaktere. Das war's für heute.